Er ist alt, er könne das halten. Nicht jetzt. Ich weiß nicht, dass du zu ihm bist. Steven Webster, Industriist und Art collector. All of Boston kennt dich. Sag mir, Herr Pierce, bist du in eine neue Situation? Oder bist du einfach ein totes Inebriate? Wenn du mir bist, bedeutet du dich zufrieden. Kein Mensch mir信. Sie nehmen mich als ein altes Fynn. Sarah, meine kleine Frau. Sie ist tot. Selbst du musst du von ihr wissen. Sie war Sarah Hawkins. The painter? Yes, everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who was already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof. I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me. Tell me if this is the work of madness. Or if on the contrary you manage to detect some logic. A rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes. Please. Alright. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? Okay. I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. See it okay. A warehouse on dark water. Some sketches of the Hawkins family. Okay, good. Okay, there are already some infos. Okay, let's go. Okay, let's go. Elements. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mention Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. What's Sarah Atkins get in it? Dark water? Never heard of the place. Where is that? It's a small remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to shit me off there. Dark water holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Hmm, never. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to dark water. Find warehouse 36. I think I'm beginning to understand. You know. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from dark water right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to dark water and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like you have a choice. Dark water. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll know I'll find some information on this island... Ich bin ein Avid-Leader. Die Wentworth-Agency hat keine Talk-Morror-Case. Natur-Sciences, Linguistik, Archeologie. Na komm, da sehe ich nicht rein. Na komm, da sehe ich nicht rein. Ich sollte all diese Sachen wegnehmen. Dankeschön, dunkle Wasser. Hm, 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 hm. Ah, ja. Darkwater ist auf dem Kost von Boston. Aber ich habe es nie gehört. In diesem Buch wurde es oft vor den Wachstum, Ende des 19. Jahrhunderts, aber es scheint, seitdem so ausgesucht wurde. Alles, was ich tun muss, ist, zu dem Porten gehen. Ich hoffe, dass ich ein Boot finden kann, um mich zu Darkwater zu finden. Kapitel 2, Hafen von Darkwater. Oh, wie ist das alles, was da abgeht? Wie ist das denn schon mal anfang? Das fand ich auch schon krass, wenn ich das ein Polizist war. Ohne Gesicht war er ja nichts. Ohne Gesicht. Also, er hat keine, er hat schon ein Gesicht gehabt, aber er hatte keine, er hatte keine Augen, keinen Wund gehabt. Hm, was man sich ja alles erwarten wird. Ah, das ist eine gute Frage. Was sehen? Ich muss ihm das immer sehen. Städtress, Lager, Häuser, Hafen mit Darkwater. Ich hätte ihn erst gesagt, sowas von Pierce, äh, eher Ermittlung zu sein. Hm. Denk ich auch so besser, dass es wahrscheinlich schon unser Anfang ist. So, jetzt muss ich es mal laden. Lade, 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 die Ladezeit ist doch dran. Ah, schon wenig, dass er den Brand verursacht hat, weil, wenn man die schon nur leidet einfach gewuckt hat. Ah, ich lieb's mir, Digga, dass sie das brauchen. Dressencenter, ein Lagerhaus. Lade, 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 lade. Na, Mann. Hey, will ich was gucken? Ladezeiten. Kettmann. He, 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 he. He, 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 he. He, he. Ach chị. Ich mache es Pain. Ich nehme, dasophile.